Ich wollte halt versuchen, den Schrift hat letztlich eine Lieblingsrichtlinie stattgefunden. Ja, dann probieren wir, dass wir das ernst rechnen, natürlich ein Ziel für drei Punkte zu holen und über den Karten bleiben. Ja, der Micah Pinto, der war da, der nächste kann das sicher nicht mehr spielen. Wir finden recht ziemlich gut mit den Jungen, die angeplanet werden. Die sind aber auch noch ab zu spielen. Das ist natürlich ein psychologischer Affekt. Ja, meine Favoriten sind viele Jungen, die sind gewinnt. Die spielen in der Bundesliga, die spielen in der 2. Liga am Frontex und die Flur. Oder mit den Allspielern, mit den MLS, die alle Spieler, die Woche für Woche gewinnt sind, mit einem gewissen Druck Fußball zu spielen. Wir wissen alle gut, dass es im Terrain gibt, für die Spieler zu gewinnen. Da möchte man auch den Griechener denken, dass Liechtenstein nur probiert, gerade so gut wie wir das machen, für drei Punkte zu holen. Normalerweise haben wir keine Chance für die drei Punkte auch die Part zu kriegen, aber wir haben da auch noch vergangen. So wie mir, dass man ganz oft als Ander da auf den Taber gegangen ist, und dass man noch einfach nicht fertig bricht hat, für einen Punkt oder mal eins oder drei zu holen. Alle Menschen müssen gespielt werden, das wissen wir. und dann haben wir noch schätzen, aber auch die Gäste nicht. Und wie gesagt, alle Menschen zeigen die Gäste Geschichte. Dann haben wir das. Man muss gucken, dass wir effektiv sind, dass wir präzise sind. Und vielleicht 20 oder 80 Meter mehr präzise sind. Und dann zum Beispiel auch eine Freundin im Wagen. Und also in dem Sinne präpariert. Und dann haben wir noch mehr Druck bei den Spielern, als die dann im nächsten Dienst haben. Also in dem letzten Jahr, wir haben das letzte Jahr gespielt, wenn es mit dem Ternergang war, wir haben zu probieren, wenn es gewonnen hat. Also in dem nächsten Fall war es da. Aber ich hatte einen gewissen Druck. Und wenn ich auch persönlich als Trainer den Drogen kann nicht mehr holen, dann merken das schon nicht mehr. Weil ich fand, dass die ganze Geschäft dazu hat. Ich glaube, dass wir in einem Spiel gewonnen haben, dass wir in einem Spiel gewonnen haben. Und wir haben eine gute Performance auf den Internet zu bringen. Das kann ja auch so sein. Weil es immer noch eine gute Idee ist, nicht mehr so viel zu tun. Wir haben in einem Spiel die erste Erwärtsgemerzen auf den Start, der letzten Nah懶ten und die nächste Kameramen. Was hat denn das芬me gemacht? Vielleicht hat man nach Theining gemacht. Und was hat damit nochmal geimpft können? Oder wie was hat die nächsten Idee entschieden? In der Abenteuerung nicht leidet oder wie es war genau so? Aber wir sind in der Kontinuität. Vorher, bevor wir das haben, wir fangen zu diesem Spiel, wir hatten auch für den Mordtagmiten. Nutzermorden, und in der Bereitschaft haben wir geschafft, wie wir mit einem Rollen-Mordtag, und in allen Bereitschaft haben wir. Aber es ist ein Spiel für das Kurschance-Reis zu spielen, da tut man das fort einig, probiert zu perfektionieren. Man hat Spieler, die dabei gekommen sind, wenn man noch die Reihen, die man so weit oder wo man bespielen will, wenn man so viel mehr Kurschance-Reis zu spielen kann, da kann man viel kastet werden. Das wäre natürlich schwierig, wenn man relativ frei und gut kann machen. Ich meine, das ist für alle und für alle Equipos. Das wird selbstverständlich natürlich wertvoll. Aber das aller wichtigste, was mich interessiert, ist, dass der neue Kurschance-Reis zu spielen. Das ist für alle Kurschance-Reis zu spielen. Hast du den Manns oder der Gegner wirklich auch kein Problem, wenn der Takt ist, vielleicht nach mir offensiv zu spielen? Ich weiß nicht, ob man ein Manns-Reis zu spielen kann, wenn man das Personal-Reis zu spielen kann. Ich fand das schon ein relativ offensivorienter Ziel. Das geht auch in der Gegner. Auch wenn man andere so einfach nicht spielt, man hat eine Suche nicht Hand und Hand gestrahlt, keine Taktik. Ich habe mir oft gesagt, das ist nicht entscheidend. Aber ich bin mir zweimal, zweimal, drei Stimmen, entscheiden wir das. Aber wie kann man verteidigen? Wie viele? Wie oft? Die Gegner hat sich schon auf die Presse. Das ist nicht. Wie viele Sprecher man durchspielen. Das ist nicht unbedingt. Ich habe mich als der größte Unterschied entschieden. Ich habe das als andere Nation. Ich will mich verteidigen, ich will mich aufgreifen. Ich muss mir auch richtig viel Gedanken machen, was wird den Trainer der anderen sein? Weil es sind Trainer gewesen. Ich finde auch davon aus, dass ich nicht in den System spielen kann. Das ist schwierig zu sagen. Ein Trainer kann normalerweise, und dann will ich natürlich in der Handschrift auch und da kann ich auch drücken, und dafür vielleicht ändert ihre Organisation und Anima sind. Ich habe ein paar Möglichkeiten, wie man hat schon dieser März gespielt. Und dann weiß ich nicht mehr, ich bin aber auch vor, die Szenarien auf der TV, wo ich denke, dass die Kinder nach vorne kommen und dann so nice wie gesagt. Ich denke vor allem, dass du nice hast, um das Licht in den Termin zu bringen und dann noch was getan vom Termin zu gehen. Vielleicht kannst du schon noch 60 Prozent Warten zu sehen? Ich denke ja, ich kann ja Warten zu sehen. Ich denke ja, ich kann ja Warten zu sehen. Ich denke ja, ich kann ja Warten zu sehen. Ich denke ja, ich kann ja Warten zu sehen. Ich denke ja, ich war mal besser, nachher mit den Menschen im Frühjahr. im Fußball sind das, ich meine, so als Antifika-State, die haben gesagt, ich brauche seinen Großschmerz, aber dann die anderen seit 20 Jahren, und sie fanden einfach, ja, das lachen. Ich denke aber, dass es einfach mehr geht, mehr groß ist, wenn wir mehr den Ball haben, wenn wir mehr Großschmerz spielen, wenn wir mehr Großschmerz spielen, weil es mehr geht, mehr groß ist, dann sind ja auch für die Menschen in den letzten Jahren, also in dem Bereich, ich denke nicht, ich bin, Freude entwickelt, und, wie wir zu sagen, wir sollen in der Bahn natürlich gehen, ich gehe schon in den Ball. Ich sehe den Fußball nicht so, ich sehe den Fußball in allem auch als Entertainment, von einem 9000 Leuten sollen immer am Stadion, und dann, weil ich auch die Leute in einem Spektakel habe gesehen, und dann bin ich auch zufrieden, dann auch hingehen, natürlich. Ich gehe ja auch bei Zufrieden entwickelt, da gehe ich auch dabei, ich habe auch gerne das, für eine Art Leichtung, die wir morgen haben, weil in der Tee, die stunden, dann gehe ich natürlich, heute habe ich noch nicht dabei, und dann gehe ich auch, ich weiß nicht, der weiß für Fußball, den ich immer so gesehen, wie ich schon gesehen habe, und, ja, natürlich kann es nicht immer abkommen, wenn ich dann gehe ich noch an, und das weiß ich auch, das gehe ja dazu, wir werden da alles zusetzen, damit man nur alles von den Köpfen kann. ja, ja, ich bin natürlich gemäß, ich weiß auch, da waren drei viele ja 2-7 Stunden Rekuperation ist relativ kurz für die Neuspieler in der Stadt. Es ist nicht schwierig, dass er persönlich bleibt, wie für den anderen. Da sind Spieler, die nicht spielen, sondern sind auch die besser beschweren. Wenn man den Steinke im nächsten Mal noch mal sein will, den Paroli bitten, dann müssen wir alle gut bei 100% sind. Und auch im physischen und mentalen Bereich. Wenn man irgendwie was, die nur auf Zweekampf ganz intensiv und hart spielt, wenn man athletisch präsent ist. Dafür müssen wir da wirklich von unserer Besterseite weisen. Wir haben den Hammerkappen nicht nur einen Plan für den Dienst, aber natürlich Prioritäten sind. Ich bin für dich der Mensch. Und dann, ab morgen, mit dem Fünder von der Halbe 6, wenn man schon wieder losgeht, dann geht die nächste Gedanken direkt ab, ob das wird eventuell, ob wir sie noch vorgehen. Wenn ich das nicht mehr mit dem Spielern beenden, dann geht's weiter. Wenn ich mit dem Spielern, dann geht es weiter. Wenn ich mit dem Spielern anspricht, dann kommt das Spielern, dann kommt das Spielern. Dann kommt das Spielern. Da gibt es ja so viel Luschen, so eine Hypothese, wenn alles so normal läuft und es ist ja nicht am Kopf. Da kann es ja auch Sinn, dass vielleicht nur die Nen und Nenner Spieler so gut in Form haben, oder vielleicht auch nicht in einem guten Form, dass die vielleicht dann noch schön haben, oder wenn es da fest ist. Alles da nicht, die kann ich nicht vergeben, sondern ich will keinen Kohl. Weil, wenn man zu gucken, das ist schon eine Idee, mit denen die Götter richtig dezidiert, vielleicht richtig in Dünsten, dann läuft von der auch. Die Sonne in den ganzen Tagen wird nur genutzt werden, für zu rechnen, zu rechnen, zu rechnen und für die Menschen von Männern zu organisieren. Und dann geht der Fokus einfach richtig ab und mindestens ein bisschen positiv. Vielleicht gibt der Fokus auf die Menschen gerichtet. Echt mit ihren Gesprächen? Ich bin tief in die Götter. Und dann bin ich das zum Hay Bedrohste. Ich treme mit dem Schwer headquarters. tragen mir schwer. Entschwenderser! Aber ich weiß, nicht mehr. Mit der Ja, Titulärer, Titulärer ist ja bei der größten Vorjahr natürlich. Die hat mir lediglich, konnte man im Gegenteil aufhängen. Ich bin glaube, früher an zwei Spieler-Syrektionär. Ich will doch ein bisschen hinzuschicken, dass ich das nicht in die Stadt mache. Ich mache da dann nicht mehr mit dem Sinn. In dem Sinne, ich denke, wenn man nicht verdenkt wird, das Gehirn an dem ganzen Geschäft dazu wollen zu. Ich muss dann verschworen, vielleicht positionsspezifisch, vielleicht auch für den In- und Werner. Nicht die Formen empfohlen, weil man nicht in der Ausstellung hat. Nicht so viel, wie es da geht. Das hat so Sinn. Und dann, wenn man fängt den 11 Stück hin, dann schafft man mal für einen. Dann war noch am Tisch die 13. Die Menschen fängt an, wie er enttäuscht ist. Das geht so. Ich kann das Präsident freuen. Ich war lange mit drin. Aber ich war nie froh, weil er ist schon dabei, wenn es so eine Zeit hat. Das war wahrscheinlich eine Normalität bei einem Fußballspieler. Der hat nicht so Sinn, dass er dann einen Impact wird auf den Gruppen oder auf den Rollen. Ich denke, die besten Leute, die die Spieler können, sind die strengste Stimme. Oder respektive, die spielen und die in Lackert für den Trainer zu weisen, was er spielen wird. Das ist die beste Mann für die Spieler. Da kann ich nicht mehr. Ich bin mit dem Standpunkt aus. Ich denke, es ist einfach mal ein Schwer für die jungen Appenzen zum Nutzer-Serie. Ich denke, das geht einfach nicht mehr so. Wie viele andere sind denn, wenn wir noch Fronke zum Montagieren und Fronke mit Dazofen machen, für ein Match, wenn wir dann zum Glück nicht mehr so lange spielen, wenn wir dann auch ein Planen machen, wo man sich auch noch alles vertreten kann. Ja, wir haben das nicht mehr alles. Wir haben alles funktioniert. Wir haben die Zeit, die ich auf die Zeit, die ich auf die Spiel. Ich wollte nicht auf die Wände nur noch drei Jahre spielen. Und das ist richtig schön, als sie sich mit den ersten Mannschaften gespielt haben. Da habe ich mich auch gefreut. Viele Mannschaften spielen zu den Mannschaften. Ja, sonst ist es mit diesen drei Mannschaftspielen nicht so gern an der Mitte. Und auch von uns, von uns, von Gräzchen. Weil ich denke, dass das von allem auch ein Impact wird auf den Rhythmus von den Mannschaften. Ich bin auch als Spielerin schon immer am Levis den Ovis gespielt. Wenn dann ein bisschen sauerstabend läuft, dass die Taten noch ein bisschen. Dann finde ich dann, wenn der Ball geht, mich schnell. Schon einfach für die ganze Atmosphäre gefällt mir persönlich besser. Mir braucht man beispielsweise drei Euro. Wir passen euch dann dementsprechend gut. Also ich war so auf den ganzen Läden so verlaufen. Ich war ja noch mal. Ja, da müssen wir uns nämlich die Läschmutzung, sowas zu wollen, mit den Besprechungen. Und da passt man natürlich schon das Dauerzeit von Major. Ja, Florian. Du, wenn du eigentlich Sportler zählst, hast du einen großen Profizirkus. Wie gesagt, du trinkst die Generation, die man gerne aufgestattet hat. Aber du wirst dich schon mal weiterentwickeln. Wie kannst du das erklären? Ja, aber das ist natürlich schwer. Dass ich glaube, dass ich eine andere Intensität trainiert und gespielt habe. Und dass dann der Kup, so ich denke mal, da auch dabei. Dann bringt das, dass ich mich schnell recuperiert. Wenn ich nur einfach bei meinem Rhythmus-Reikäas trainiert habe. Und dann habe ich gewonnen, dass ich so mal mehr anbieten könnte. Und auch wenn man dann sagt, ich fahre mal trotzdem für Wien. Und ich wollte alle dritten Tage zu entscheiden. Und die letzte Tage, wo ich glaube, seitdem ich so fast in der Reihe war, war im März. Und wir haben auch noch zu Acai und Portugal gespielt. Und wir haben schon gemerkt, dass der Kup bei mir ist. Und das ist eigentlich nicht so ein Problem. Aber ich sollte eigentlich nur von neuen Spielern, die selber sich auf den vielen Fischnellen überhaupt auch in dem Match recuperieren. Was ich für jeden gar nicht. Aber ich hatte noch nicht wirklich ein Problem. Und das war immer noch immer noch. Und die letzte Tage, wo das in der Folge war, war im März. Und du hattest für mich überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, das kann schon für mich sowieso mehr durch. Und als Spieler wissen wir nicht. Ich habe natürlich auch geschweifft, dass ich auch Spieler wollen spielen. Und wenn ich dir auch noch mehr Spaß machen, dann sage ich mir zu. Und wie ist das für die Chance, dass du den nächsten Spiel zu spielen? Wie ist das für mich? Es war mir Spaß. Es war mir Spaß. Ich hatte immer Spaß. Egal, ob ich zuerst gespielt habe. Oder in der Regionalliga. Ich bin immer wieder komisch. So, seit der Oelio. Wenn ich mich nicht mehr sagen kann, dann hatte ich auch erst, wenn ich komme. In der Zeit der Spiele war ich froh. Und natürlich wusste ich, dass Chance vielleicht ein bisschen. Ich habe auch noch nicht gespielt. Weil ich einfach mal der Rhythmus gefehlt habe. Wie war das? In der anderen Seite war. Ich weiß nicht. Es war schwer zu sagen. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß. An die Nationalengruppe kommen. Ob ich dann gespielt habe. Weil wir so zum Trainer sind entschieden. Aber es ist seit Jahren dabei. Es hat auch eine Phase, wo ich dann nicht viel gespielt habe. Ich habe mich als Fußballspieler ganz normal. Dass es eine Phase gibt. Wenn man vielleicht nicht so viel spielt. Und dann habe ich mich einfach für einen Verein verständlich. Das brauchen wir zu machen. Für vielleicht ganz ein bisschen mehr attraktiv zu sein. Aber im Moment ist es nicht einfach. Als positiver Punkt für die ganze Team. Wenn man wie ein Trainer so hat. Einfach überall Positionen. Einfach mehr Spieler. Wo man die großen neue Spieler. Wo den Trainer dann kann man adaptieren. Auch auf dem Weg nach. Auch auf dem System. Und dort wird man recherchieren. Und so wie sie nicht. Einfach das. Vielleicht wohl alle Spieler. Einfach mehr. Ein gewisser Rhythmus. Trainer da spielt. Und einfach mehr. Solutionen für euch. Als Team gibt. Dass man. Das Ziel einfach. Errichtet. Die man wirklich. Errichtet. Vielleicht wenn du dran sehen. Wieso. Das scheint. Wir haben uns ein bisschen. Wollen. Ich glaube. Du bekannst. So einfach. Wer da mitgehen. Ich meine das nicht einfach. Wenn er gegen den großen Favoriten spielt. Es ist schwer. Genau so. Wenn er selber Favoriten ist. Und er muss ihn gegen den Gegner spielen. So wie wir vielleicht. Für ein paar Jahre nach Lutzburg gespielt wird. Und so. Ich hoffe. Ich habe noch. Zehn ausgepasst. Auch nicht gut. Durchzukommen. Ich meine. Das ist extrem schwer. Ich habe auch gesehen. Dass. Die Kiebers. Die auch extrem. Am Block gespielt werden. Es wird nicht immer so. Evident. Wir wissen. Dass es einfach. Das ist. Einfach. 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 Wir haben die Matches gewartet, aber ganz klar, wir müssen auch die Matches gewinnen. Das wissen wir auch. Auch wenn es so evident geht, dass es für uns extrem wichtig war. Wir mussten einfach die 3 Punkte erheben wollen und den Gruppen gegen Dichtenstein. Wir mussten auch einfach als Publikum so umbieten und die 4 Reile mit so einfach gehen. Im Endeffekt mussten wir einfach. Als Verwerber von 4 und 1 Jahren fällst du bald ein Beispiel, wo man 4204 wäre, dann würde man einfach nicht gut gucken. Ich finde das noch ein Grund? Ich möchte das ja. Ja, bald mit 4202 war. Bis dann ist es, dass man einen lechten Sommerfeuer-Matche gemacht hat. Ich bin sicher, dass man auch die letzten Matchen in einer extrem, extrem längeren Saison oder wo man auch geräst war. Aber wenn man die Matches zu dem 4 sind, darf man von der Sicht dann ein bisschen zuspielen. Das wissen wir. Das war nur, das war einfach vielleicht 10 Punkte, wo man vielleicht nicht so gut trifft. Manche wissen, dass wir nur gelassen sind und dann kommt man direkt so hoch auf den Schuss. Das hat einfach nicht geschehen. Und das hat mir im Endeffekt immer den Punkt, den die Fährung ins Leben holen. Das hat trotzdem den Punkt von mir auch alles herausgelehrt. Und das hat nur mehr Zeit dann extrem wenig inzunehmen, um auch genau zu wissen, okay, wer das geliehen wird. Und das weiß, dass egal mit wem, wo die Fährung oder die Lichtscheine ganz denke, ja, bis sie null ist, dann kannst du auch gut ein Schuss kriegen oder zwei wieder dann gefallen. Weil jetzt die Sachen, die helfen, das haben wir halt extrem, wenn wir genau wissen, dass man vielleicht 10, 15 Minuten noch evitieren muss und ein bisschen, ja, weil sie einen Teilbruch raus will.